Fritz Darniger war ein deutscher Schauspieler, Rundfunkredakteur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Leben Darniger besuchte die Schauspielschule von Richard Treu in Berlin und gab in den späten 1920er Jahren sein Bühnendebüt. 1928 erhielt er sein erstes Theaterarrangement am Lessing Theater. 1931 verließ Ginger nach Hamburg, um dort für eine Spielzeit auf der Bühne des Thalia-Theaters zu stehen. In dieser Zeit übernahm Darniger zumeist Chargen und Charakterrollen. 1933 fand er ein neues Betätigungsfeld beim Reichsrundfunk, wo er fortan als Sprecher, Regieassistent und Regisseur arbeitete. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er seine Radiotätigkeit ab 1947 beim Rias fortsetzen. Dort widmete er sich vor allem der Erstellung von Jugend- und Kinderprogrammen sowie Märchensendungen. Daneben arbeitete Darniger umfangreich als Sprecher für Hörspiel- und Filmsynchronisation. In Film- und Fernsehproduktionen war Darniger indes ein seltener Gast. Einen seiner raren Filmauftritte hatte er in Georg Tresslers Die halbstarken. Hörspiele 1948 Salzwassergeschichten Regie Hans Korn-Giebel mit Josef Sieber, Reinhard Koldehoff, Rias 1948 Das Ghetto stirbt, Regie Hans Korn-Giebel mit Friedrich Joloff, Franz Weber, Rias 1948 Familie Pedicke auf dem Weihnachtsmarkt, Regie Karl Metzner mit Else Reval, Willi Rose, Rias 1954 Eine alltägliche Geschichte, Regie Peter Thomas mit Günter Pfitzmann, Gudrun Genest, Rias 1954 Die Übungspatrone, Regie Hans Korn-Giebel mit Heinz Giese, Herbert Weisbach, Rias 1954 Nach Jahr und Tag, Regie Peter Thomas mit Roma Bahn, Reha Hinzelmann, Rias 1955 Vorlein Karoline, Regie Erik Ode mit Harald Junke, Clara Maria, Skala, Rias 1956 Ich bin gleich wieder da, Regie Egon Monk mit Reinhold Bernd, Gudrun Genest, Rias 1956 1956 Kolumbus Haus, Regie Hans Korn-Giebel mit Reinhold Bernd, Edith Schollwehr, Rias 1957 Die Reise nach Italien, Regie Heinz von Kramer mit Heinz Giese, Roma Bahn, Rias 1957 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Regie Hans Korn-Giebel mit Wilhelm Beuchert, Gisela von Kulande, Rias 1957 Keiner weiß wohin er flieht, Regie Hans Korn-Giebel mit Reinhold Bernd, Dorothea Hanke, Rias 1958 Menschen im Regal, Regie Egon Monk mit Heinz Giese, Günther Pfützmann, Rias 1958 Romeo und Julia in Berlin, Regie Hans Korn-Giebel mit Reinhold Bernd, Ilse Fürstenberg, Rias 1959 Weihnachten war's, Regie Lothar Schluck mit Karen Wehmann, René Stoprava, Rias 1959 Berlin und Samuel Fischer, Schicksalsbilder im Wandel einer Weltstadt, Regie Hans Korn-Giebel mit Richard Bohnel, Hans Kaninberg, Rias 1959 Brandenburger Tor, Regie Gerd Westphal von und mit Hans Scholz, Rias 1959 59 Neonlicht, Regie Hans Korn-Giebel mit Reinhold Bernd, Ilse Pasch, Rias 1960 Für Ursula verboten, Regie Wolfgang Spier mit Peter Moosbacher, Else Eser, Rias 1960 Der klingende Musiker, Regie Hans Korn-Giebel mit Günther Lüders Gutton genießt, Rias 1960 Die Möwe nach Anton Tschechos Regie, Hans Korn-Giebel mit Friedel Schuster, Herbert Stass, Rias 1960 Berlin und das Romanische, von der Schöpferischen Bohem, Regie Hans Korn-Giebel mit Hans Nielsen, Hermann Ebeling, Rias 1961 Das Spiel ist aus Nachschien-Paul-Satre, Regie Hans Korn-Giebel mit Hans Sönker, Marion Dekler, Rias 1961 Mensch ohne Namen Ein Erlebnisbericht, Regie Hans Korn-Giebel mit Ruth Hausmeister, Rias 1961 Rund um Colts Etablissement, Regie Hermann Schindler von und mit Hans Scholz, Rias 1962 Wohin soll ich gehen, Regie Hans Korn-Giebel mit Heinz Clevino, Christine Gerlach, Rias 1962 dem deutschen Volke, der Reichstag, Regie Hermann Schindler mit Reinhold Bernd, Siegfried Schürenberg, Rias 1963 Berlin und Schiel, Regie Ulrich Gerhardt mit Karl John, Karl Radarz, Rias 1963 Untern Linden, Untern Linden, Regie Alexander Pestel mit Hans Sönker, Rias 1963 Tagebuch, Regie Jörg Schernens mit Karl John, Christine Gerlach, Rias 1963 Berlin und die Ullsteins, Regie Jörg Schernens mit Arthur Schröder, Joachim Notke, Rias 1967 Titania Palast, Regie Alexander Pestel mit Hans Sönker, Uta Halland, Rias 1968 1968 Kettenreaktion, Regie Jörg Schernens mit Lutz Mackenzie, Dieter Ransbach, Rias 1969 Aufzeichnungen aus der Vorstadt, Regie Hans Korn-Giebel mit Lise Lotterau, Peter Moosbacher, Rias beauty Fertig Gandra